Es folgt nun die Rede des Vaters von Sarah Madini, Esad Madini. Es folgt nun die Menschen in der Welt. und auf der Fall von der Umgebung. Und dann, auf der Falle eine Niveau ausreicher, in einem anderen Land, in einem Land, die die Land und die Land und die Land, wird es um die Land und die Land und die Land und die Land zu erinnern, um diese Land zu erinnern, und die Veränderungen zu erinnern, um dieses Land zu erinnern, was diese Landeinigung ist? Das ist ein Wolle. Fakim hüo raih? Fakim hüo raih an taataf und nüási eimeree Mabjoo'a biegeleck eutfalt eimere Amam aryuniha Wohi la tustiik anquadahum Ou hatta msahadetum aralassibahah Kim hüo jemil Wihsas raih 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH'in WDR mediagroup GmbH'in WDR mediagroup GmbH'in WDR mediagroup GmbH'in Das sind die Worte Gottes und diese Worte wurden auch von allen Propheten verkündet und sie wurden von allen Religionen der Welt verbreitet und sie alle predigen für Vergebung, Liebe und Gleichheit und dafür all denen beizustehen, die in Not sind. WDR mediagroup GmbH'in 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 Ich drücke Deutschland meinen tiefsten Dank aus, seiner Regierung und seinen Menschen für all das, was uns als Willkommen heißen und Unterstützung und all das, was wir brauchten, entgegengebracht wurde. WDR mediagroup GmbH'in WDR mediagroup GmbH'in WDR mediagroup GmbH'in